Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm und ich hab hier doch gerade... Ach, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ich hab hier doch gerade mal gespürt. Also hier sind jetzt mehrere Unterwegs. Und das sieht ja ganz gut aus. Finde ich. Nur den Bock, den ich aufbefersen könnte, ist ja jetzt... Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin ja fast am Revierende. Guck mal, wo bist du? Geh mir jetzt nicht über die Grenze. Ich will nicht, dass alles umsonst gewesen ist. Ich will da wo nochmal im Rübergucken, weil die Spur geht auch ja so in die Richtung, ne? Denn bevor wir da über diesen ollen Pasta gehen... Also ein Steinbock hätte ich ja noch... Da müsste die Spur jetzt aber hier irgendwo sein. Und das ist er noch nicht. Das ist ein Weibchen. Zurück. Das Seibchen ist da, in der Richtung. Mhm. Das wäre zurück und das möchte ich ja auf keinen Fall. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Ich gehe jetzt mal in diese Richtung. Hm? Hier ist auch nichts von meiner Spur. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, ich habe jetzt auch ein Mist gebungen. Hm. Das ist mal gar nicht so einfach hier mit dem Ding, warte mal. Das ist mal gar nicht so einfach hier mit dem Ding, warte mal. Oh, jetzt wird es richtig. Das Wetter hier oben ist ja unberechenbar. Ich glaube, ich finde meine Spur gar nicht wieder. Welche von denen war das ja jetzt? Die war neben einem Felsen. Ist das richtig? Ne, hier könnte ich schon drüber weg. Schon weit drüber weg. Da ist ein Felsen, der war da, ne? Auf der Seite. Richtig? Sag mal ja, harm. Ja, hier, ich guck, der war das. Ich weiß es auch nicht. Ne, abbrechen. Oder war das der? Ja. Vorherige Spur annehmen, das war die, genau das war es. Aber der ist jetzt auch schon was nicht wo. Naja, unsere Richtung ist es ja. So ungefähr. Bah, 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 bah. Oh, man. Da ist es wieder. Hier ist gleich Grenze, überlegt er das. Und wenn ich außerhalb der Grenze einschieße, komme ich noch nicht mehr ran, glaube ich. Wobei ich auch schon gehört, einige sagen, doch, wenn man über die Grenze eingeschossen hat und es nicht allzu weit weg, darf man rein. Aber sobald man den aufgenommen hat, dann soll man zügig sehen, dass man wieder zurückkommt. Ich weiß ja, von mir. Aha, die ist nicht allzu weit weg von hier. Hier war auch irgendwo meine Spur, annehmen, ja. Dann, warte mal, Inventar. So, wie war das? 6. Ja, den stecken wir hier mal hin. Und, äh, dann gucken wir mal in die Richtung. Also, das ist so ein Markierungspfeil, den ich gesetzt habe, damit ich meine Spur gleich wieder finde. Hier hat's geklötert und gar nicht so weit weg. Da, im Baum? Ne, das ist tatsächlich nur ein Ast. Gehe ich mal ein bisschen weiter. Wo bist du? Da bist du. Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Ich höre dich. Hier halt und die klötert ja alle. Oh, das ist jetzt sowas von dicht. Wir sind ganz nahe dran, Freunde. Wo bist du? Ich glaube, ich habe ihn. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum im Mittel, äh, im Laufen, aber das war ein Glückstreffer, aber ich glaube, ich habe ihn. Da bin ich jetzt mal gespannt. Tatsächlich, Leute, ich habe ihn erwischt. Das war ein Sonntagsschuss. Das war ein Sonntagsschuss. Ich sage es euch. Da unten könnte er wohl liegen. Das war ein Sonntagsschuss. Der war im Grenzen, habe ich den geschossen. Aber ein bisschen Glück gehört ja auch dazu. Da liegt er. Halswirbel getroffen. Wirbelsäule vorn. Na, das ist ja mal ein 109er. Ja, das ging sich ja ganz gut an. Dann wollen wir unsere Stange mal wieder einsammeln. Das war ja eine Sache. Sachen gibt's. Aber wirklich, ich bin ganz hin und weg. Nicht von dem Tier, aber wie ich es geschossen habe. Unsere Fahne. Hallo, Fahne. Und die Spur. Also diese Fahnen sind äußerst nützlich, muss ich zugeben. Wie kann ich die denn jetzt wieder aufnehmen? Ich möchte jetzt gerne E gedrückt halten. Nein, ab. Ne, ab, boah. Gut. An keinem Stein wird gezinnen. Weiter geht's. Es war ja nicht. Ja, aber das machen wir. Nächste Folge. Wenn wir auf 한 ces oder oh, haben wir das Video gemacht. dann schaut doch bitte die nächsten teil an wenn ich wieder so hat er in französischen alten spiel bis dann